Hallo, heute kommt ein Video, wo ich noch nicht weiß, wie das Video wird, wie es heißen wird und was es überhaupt für ein Video allgemein werden wird. Es ist gerade viertel drei Uhr nachts. Ich komme gerade vom Kino und dachte mir, ich muss jetzt ein Video drehen. Ich habe nämlich kein Internet, nur meine Flatrate. Damit kann ich keine YouTube-Videos anschauen. Facebook oder so geht alles nicht mehr, weil meine Internetflat schon so langsam ist. Also kann ich nur ein WhatsApp. Alle Leute schlafen und ich habe keine Aufgabe. Aber ich muss morgen um neun Uhr aus dem Bett, weil ich Auto fahren muss. Gut. Ja. Sehr cool. Genau. Ich wollte heute mal über ein Thema reden, wo ich oft gefragt werde, und zwar wann denn meine Zunehmenserie weitergeht. Was soll ich dazu sagen? Es wird wahrscheinlich keine Zunehmenserie mehr kommen, weil ich einfach selbst zu dem Punkt gekommen bin, wo ich sagen will, ich muss gar nicht mehr zwangsweise zunehmen. Es ist so, ich habe vor ein paar, die letzten Jahre, auch noch letztes Jahr, hatte ich immer sehr von außen hin die Kritik, dass ich viel zu dünn bin, dass ich magersüchtig sei, dass mein Körper nicht passt, dass ich unbedingt zunehmen muss. Und dadurch habe ich mir sehr unter Druck setzen lassen, dass ich unbedingt zunehmen muss. Und ich esse wie ein normaler Mensch und da habe ich einfach so viel immer in mich reingestopft, habe versucht tausende Kalorien am Tag zu mir zu nehmen, habe alles gegessen, aber es hat immer nichts geholfen. Ich habe nie zugenommen. Ich war immer an dem Punkt, ja, wann passiert denn eigentlich mal was mit meinem Körper? Und irgendwann habe ich den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, das war auch erst dieses Jahr jetzt sozusagen, wo ich sage, hey Gina, sei doch einfach zufrieden. Klar, ich bin nicht zufrieden mit meinem Körper, nicht so zufrieden, dass ich sagen würde, ja, er ist perfekt, ich bin zu mir selber ehrlich und sage, klar Gina, dein Körper ist nicht so, wie du ihn dir jetzt im Traum vorstellst. Dann würde ich nämlich ein bisschen dickere Beine wollen, vielleicht ein bisschen einfach eine andere Struktur meines Körpers, also wenn ich jetzt verstehe, was ich meine. Und irgendwann habe ich mich jetzt aber damit abgefunden und habe gesagt, wenn es kommt, dann kommt es. Und ich will einfach normal leben und will nicht die ganze Zeit an das Zunehmen denken. Und ich finde, seit ich mich nicht mehr so unter Druck setzen lasse, weil früher war das immer so, jeden Tag habe ich auf die Warte geschaut, jeden Tag habe ich kein anderes Ergebnis gesehen und jeden Tag war ich aufs Neue wieder enttäuscht von mir selber, dass ich es nicht geschafft habe, zuzunehmen. Und mittlerweile hat das mein Körper selber gemerkt, dass ich mich mit meinem Körper selbst zufrieden gebe und dadurch nehme ich auch zur Zeit echt zu. Ich glaube, das einzige Wundermittel, ob man zu- oder abnimmt, ist, wenn man seinem Körper Zeit gibt, dass er selber darüber nachdenken muss, wie es ihm am besten passt. Ich finde, das ist eines der größten Aufgaben, die man überwinden sollte. Man sollte einfach zufrieden sein, wie man ist. Klar, wenn man was ändern will, dann muss man das mit Struktur angehen und darf sich nicht so unter Druck setzen lassen von außen. Und man muss es selber wollen. Es gibt natürlich viele Menschen, die zum Beispiel an Übergewicht leiden und gerne abnehmen würden von sich selber. Und die Leute schaffen das auch. Sie haben bestimmt Unterstützung von ihrer Familie und Freunden. Und wenn man da den Mut hat, von sich selbst aus abzunehmen oder auch zuzunehmen, genau das Gleiche, dann schafft man das. Aber man sollte immer von sich selbst ausgehen. Und man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen von der Außenwelt. Ich habe mich sehr unter Druck setzen lassen, weil ich oft von Leuten gesagt bekommen habe, dass ich zu dünn bin, dass ich magersüchtig sei, dass ich abbreche in der Mitte, wenn ich zu viel mache. Oder, oder, oder. Und mittlerweile tue ich einfach auf diese Meinung von anderen verzichten. Es ist mir egal, was die sagen. Ich bin so zufrieden jetzt mit meinem Körper. Ich akzeptiere ihn so. Wenn er sich ins Positive verändert, bin ich natürlich auch froh. Und ich will ihm auch da helfen, indem ich auch mal Sport mache. Ich mache auch zur Zeit ein bisschen Sport. Ich will das natürlich ein bisschen noch mehr steigern. Aber ich versuche meinem Körper zu helfen, um, dass er fit bleibt. Ich meine, Sport kann auch dünnen Leuten helfen, seinen Körper einfach in Form zu bringen, weil mein Körper ist nicht in Form. Weil viele mich auch immer fragen, ob ich so viel Sport mache. Und dann denke ich mir immer, nee, ich mache überhaupt keinen Sport. Diese Sache, was ich jetzt im Video rüberbringen will, ist einfach, ihr solltet selber mit eurem Körper zufrieden sein. Und hört einfach nicht auf andere Meinungen. Und vielleicht fühlen sich auch manche in ihrem Körper wohl, obwohl sie vielleicht ein bisschen dicker sind oder ob sie dünn sind. Man sollte einfach die Leute so leben lassen, wie sie wollen. Und man sollte nicht zu ihnen irgendwas sagen. Und das geht auch in die spezielle Richtung von Mobbing. Ich meine, man sollte keinen Menschen für sein Aussehen mobben. Das ist einfach... Nein, man macht es einfach nicht. Und ich finde, jeder ist auf irgendeine Art schön. Und egal, ob dick oder dünn oder mit irgendeinem Mangel an sich selbst, jeder hat was Schönes an sich, jeder hat was Positives an sich. Und deswegen sollte man Menschen nicht drunter machen, dass sie sich selber, zum Beispiel wenn man zu dick ist, hungern oder sonst was. Und ich weiß nicht, ob irgendeine Botschaft in dem Video rüberkam, aber ich wollte das einfach mal gesagt haben, dass ich zur Zeit nicht an die Zunehmenserie auch denke, weil ich einfach zur Zeit selbst mit meinem Körper zufrieden bin und mein Körper merkt es und mein Körper gibt mir, positives Feedback, in dem ich jetzt ganz von allein zunehme. Klar, nicht viel, aber ein bisschen. Und deswegen bin ich auch zufrieden zur Zeit. Und das war auch schon das Video. Ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das Video für euch irgendeine Bedeutung hat oder irgendein Erfolgsding, das es rüberkam. Was ich denn meine. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denn zufrieden mit euch selbst seid. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.